Diese Saison habe ich folgendermassen erlebt. Es war ein Auf und Ab. Es war rein golferisches Auf und Ab. Heute war es desaströs, aber trotzdem war es eine wunderbare Erfahrung. Es ist jedes Mal toll, KMU-Golfturnier zu spielen. Lässige Leute, schöne Plätze, immer wieder schöne Tage. Heute war es leider ein verdammter Scheiss-Tag. Danke Armin, eine schöne Saison. Mein Name ist Fabien Inalborn und ich bin seit diesem Jahr Patin der KMU-SÜS Golf-Events. Wie kam es dazu? Ich habe Armin vor gut einem Jahr getroffen, als ich an einem Event war. Dort bin ich an meiner Firma Fabien Inalborn geholfen, dass ich in Goldie extra mal aufbauen war. So kam das Ganze. Jetzt bin ich Teil dieser KMU-SÜS-Familie. Es macht extrem Spass, sind coole Events. Es ist wirklich super zum Netzwerken. Ich habe noch nie mehr gedacht über die Stühle gesehen. Ich habe einen Blick auf die KMU-SÜberschrechten. Also habe ich in den Nachdenken, in den Nachdenken getrennt. Ich habe einen Blick auf mich im Geheimen. Ich habe auch keine Frau in die Hälfte gesehen.